Musik 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 Was ist mein euer Maus los? Musik 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 Da sind noch mehr Rubine. Erstmal im alten Jedi-Tempel rumstochern. Ah, da kann ich klettern. Oh shit. Ah ok, jetzt kann ich wieder zumachen. Ah. Ok. Da ist sie. Mache ich das jetzt zu? Spring da dran oder? Oder auch nicht? Hallo E. Ich hab auch E gedrückt. Eeeh. Wenn ich das aufmache, wird es weggewählt. Wenn ich das wieder zu mache, kommt er wieder zurück. Dann kann ich hier dran springen. Ok. Ich dachte ich spring da dran, pendel mit rüber und springe dann wieder runter. Ah ne, ich kann nur an der Seite dran bleiben. Ok. Also mache ich das auf. Mach das wieder zu. Halte das kurz an. Um dran zu springen. Ha! Wuchs. Äh, ja. Ich hab's verkackt. Aber so funktioniert es. Machen wir es auf. Machen wir es wieder zu. Dann halten wir es an. Und springen ab. Ja. Dann laufen wir da rüber. Ne, 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 ne. Und ein Meditierpunkt. Kein Skillpunkt. Ah, belastend. Okay, von da komme ich wahrscheinlich nur runter. Ist es zu? Ah. Moment. Ok. Ich hasse diese Dinger. Run. Das war mehr Glück als Verstand. Ja. 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 Hm. Komm ich nicht rüber, oder? Der Wind weht mich weg. Hab ich gut rausgefunden. Der Lock. Also muss ich irgendwie das Ding auskriegen. Kann ich das irgendwie mit der Macht? Ne, ne. Und unten komme ich da auch nicht hoch. Hm. Hier ist auch nichts. Ne, zurück kann ich es. Ne, zurück komme ich auch gar nicht. Hm. Hm. Oder kann ich hier einfach... Ja, gut. Opfer. Ach, gegen das Ding gesprungen. Weg. Kann spiel mal kreuzweisig. Kann spiel mal kreuzweisig. Ähm. Kann spiel mal kreuzweisig. Ah. Kann ich wegpusten. Ah. See ya. Was hat er gerade für ein Joke gemacht? Was löst nicht alle Probleme? Oh, die kommt zurück. Ich durfte, dass die zurückkommen. Ich durfte, dass die zurückkommen. Ja. Was ist das? Muss ich dagegen kämpfen? Ganz fast nur helfen. Oh Gott. Ich bin jetzt ja nicht. Komm schon. Und dann! Ja, das kann ich nicht überhaupt besiegen. Es ist gewollt, den zu besiegen. Glaube nämlich nicht. Weil er kriegt doch kaum Schatten durch mich. Können wir noch ein bisschen stehen. Ich bin nicht jetzt rausgekommen. Was hast du gefunden? Alte Statue. Ich bin jetzt rausgekommen. Achso. Ich muss gleich bewegen. Ups. Wow. Mann. Ah, okay. Ich soll dich drauf machen. Ja. 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 Das war ja ski. Ja. 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 Ah ne. Ich war die Werde. von da wo ich gerade kam war da nicht da kann ich was aufmachen ich muss die wand davon weg machen ok 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 mein freund sie dir die details auf dieser rinde an die unverwechselbaren streifen das kann doch nur ein rochier baum von kashik sein zeit für einen besuch bei einem alten freund wenn die seffo kontakt mit kashik an stehen die chancen gut das häuptling taful darüber bescheid was Ich bs-team Sag amal Ich hab keine Macht Ach komm Ah Halleluja Was ist das? Gute Arbeit War ich da hinten schon? Ah ja, die Tür ist jetzt offen Von da kam ich in den Raum Kashyyyk Möchte mich Möchte nicht die holung Bitte mach das weg Möchte mich einmal bitte ausruhen Möchte auch nicht in den Skill bauen Möchte mich ausruhen Ah, hab ich schon mehrmals, ok Was mach ich denn? Vielleicht muss Zementis zurück Ähh Da ist ein großes Tor Und ein Grabwächter Zum Beispiel Ich krieg mal aus Deine Ja Ist Ok Dann macht es wieder leer, weg da! Anstrengend So, wir müssen die Kugeln da reinkriegen, glaube ich. Irgendwann müssen da Kugeln her, um die Tür aufzumachen, ne? Die kann ich aufmachen. Ne, ne, was bin ich... Fallen lassen. Hmm, ne. Was ist denn denn? Die Kugel sitzt ja schon, wie kann ich sie weiter schieben? Aha! Wenn ich sie hier runter schiebe Ah ok Ist das Ding da hochgefahren? Wenn die Kugel da rauskicken, kommt das Ding wieder runter. Ah warte, die Tür ging hoch. Ok Oh They're done, they're done Dann machen wir's halt langsam Ah ok Oder kann ich Da einfach durchschicken Stimmt, BD1 Das war knapp Das war knapp Das war knapp Na so Die Kugel Die Kugel Die Kugel Ich habe das Ah, das ist falsch erwischt. Kann ich die hier vielleicht da hoch noch schieben? Ich fühle mich gerade echt ein bisschen wie ein Burl of the Wild tatsächlich. Da kommt das raus. Ich darf mir auch gerade, ich kann die Zeit halten, vielleicht kann ich dagegen schlagen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ja, ich möchte sterben, bitte. Ich möchte wieder oben ansetzen, danke, ich möchte hier gar nicht runter. Ist auch noch eine Kugel drin. Ich glaube, ich muss tatsächlich oder muss ich denn die andere Kugel da drauf rollen und dann das Ding hochfahren oder so? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die hier nämlich wirklich noch brauche. Also ich habe ja die zweite Kugel bekommen für irgendwas. Ah, ich habe es. Die schiebe ich da runter. Und die muss gleichzeitig da rein. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Okay, neuer Versuch. Die muss auch ein bisschen warten, bis ich die hier rauskriege. Ah, ne, Moment. Ich dachte, die rollt hier unten rum, aber das stimmt gar nicht. Ich dachte, die rollt auf das Ding drauf. Aber that's not how it works. Gut, dann gehe ich noch eine Runde. Dabei das erste richtige Rätsel. Was es, glaube ich, eigentlich im Spiel ist. Nein, stopp. So. Hier ist einmal der Kiste. Komm wieder her. Irgendwas brauchbares? Ein Echo. Gibt Erfahrung. Okay, das geht nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich das Ding schneller drehen lassen oder so und dann passiert was. Hier kann ich zumindest mal wieder speichern. Was ist der Wächter gesagt, ne? Was war das denn jetzt? Dip. Andi, von hier kam ich vorhin. Ja, Moment. Hier bin ich gar nicht lang. Gibt's hierhin? Okay. Hallo, klettern. Ihr habt doch gedrückt. Oh Gott. Ey. Halber Herzenfack, wenn der ist da wieder runtergefallen wäre. Ich hätte einfach geweint, glaube ich. Kann nichts werden. So, schaffe ich den Sprung darüber oder schaffe ich ihn nicht? Ihhh. Oh. Ne, Karl. Ne, einfach Karl. Und jetzt? Hab ich nur ein Secret gefunden. Also, ich muss irgendeine Kugel noch da oben drauf bringen. Was hat mir bei Mars los? Hab ich die DPI ausgedeckt? 12.800 DPI. 1.400 DPI. Ja. Hier müssen noch eine Kugel irgendwie drauf. Auf. Ah ja, was du getan hast, ich bin stolz, ich bin einfach in der Luft auseinandergenommen. Wart mal, ist das alles, was ich die ganze Zeit hätte tun müssen? Wieso, aber die Kugel lag doch da oben gar nicht drauf, gerade die ganze Zeit, oder? Und so kann ich da jetzt eine Kugel rüber gieten? Was? Hä? Das ist das auch hochgefahren, jetzt komme ich da gar nicht mehr hoch. Ah ne, hier komme ich jetzt hoch. Ne, doch. Oh. Oh, bueno. Wo ging es hier hin? Ja gut, aber Wie komme ich die Kugel da rein? Wenn ich die jetzt hier raus hole Er hat es wieder runter und lässt zu Dann müsste ich ja die andere Kugel hier irgendwie hochkriegen Oh nein Dann fliegt man die Kugel nämlich wenn die da durchrollt Nämlich hoch und da rüber Dann kann ich die da oben reinlegen Da muss da oben überhaupt eine rein Ja doch Oh Da oben Da liegt noch eine Das ist die wo ich da vorhin hatte Dann muss ich da irgendwie hoch Ich probiere es mal nochmal wenn ich da hochkomme Dann bin ich da vorne Jetzt müssen wir das Ja. Da kann ich die da irgendwie rüberholen. Moment. Ich glaube, es sieht... Ich kann nämlich, glaube ich, die Kugel hier nicht nur durch den Wind nehmen. Sondern ich könnte die auch hier vielleicht dagegen pendeln. Weil die Tür muss noch irgendwie aufgehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. No, ich kann nämlich die裡面 ganz gut gehen. Oh. Oh nein. Oh Gott, was wird jetzt los? Wir fanden Rituale, der sehr furcht hat. Wir haben hier Machtnutzer trainiert. Wollte ich gar nicht finden, aber jetzt habe ich es. Ja, daran dachte ich ja gerade irgendwie, aber... Wie soll ich die da runter lösen? Das Seil muss ich abkriegen, aber wie? Wie kann ich hier irgendwie... Irgendwie muss ich da oben dran oder so. Also an die Kugel kann ich mich dran hängen, ja, aber ich kann... Ich komme da oben ja eigentlich nicht dran. Außer... Wenn die da oben ist... Naja, also an der Fläche bin ich ja vorhin auch rüber geklettert, aber ich muss die da irgendwie abkriegen. Frage ist nur wir. Ne, so rum geht es nicht. Ähm... Da bin ich nicht schnell genug. Aber da oben kommt man auch nicht dran eigentlich. Drum weiß ich nicht, wie ich die abkriegen soll. Außer... Ah, drum... Okay, jetzt weiß ich, wie ich da an die Kugel dran... Also, die Kugel muss von der anderen Seite rein, glaube ich. Hm. Hm. Wie kommst du runter? Hm. Es muss ja noch eine Kugel geben. Ich muss irgendwie die Schnur abschneiden, aber... Wie? Wie? Wie kriege ich die Schnur ab? Haben wir nicht auf dem Hinweg so eine Kugel gesehen? Ja, wir sind daran geschwungen. Ob man die wohl irgendwie runterkriegt? Es geht irgendwie um die, aber... Wie? Da werden sie jetzt auch nicht besser, ne? Wie? Was habe ich getan? Und wie habe ich es getan? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist und wie ich es getan habe, aber sie ist da. Ich glaube, dadurch soll die eigentlich nicht, oder? Kann ich es schießen? Ne. Irgendwie ist sie jetzt auf einmal hinter mir runtergefallen. Ich weiß doch nicht wie, aber solange sie es getan hat, ist es für mich okay. Aber, also, nur ist jetzt die Frage, wohin mit dieser Kugel, weil folgendes Problem. Eigentlich muss sie da rein, damit sie dann da hoch fliegt. Ja, keine Ahnung, wie der Käfig jetzt kaputt ging, aber irgendwie muss ich eigentlich die Kugel hier hinkriegen. Weil das bleibt hier oben. Ich muss hier eine Kugel rein kriegen und da vorne eine Kugel runterrollen, aber wie kriege ich die Kugel hier hoch? Wie kriege ich die Kugel ja nicht durch? Denk ich. Denk ich. Aber eigentlich muss eine Kugel hier runterrollen und dann wird sie hier raus geschossen. Denk ich. Aber wie kriege ich die beide da hoch? Ich bin auch jetzt eigentlich gleich für eine Runde Among Us verabredet. Du musst hier halt hoch und dann hier rein und dann komm ich wahrscheinlich raus. Aber ich sehe keinen Weg, wie die so hoch sein. Du kannst nicht in den Schwammel auf das weit wegnehmen und dann aufs Dreh mir zwei abysacht, aber wie schnell legge ich die Kugel hier hoch und vorst bin ja nicht, Resetten wir nochmal. Vielleicht Die Kugeln bleiben dann nämlich nur die Gegner spawnen neu. Wie muss ich hier noch eine Kugel reinkriegen, aber... So, das ist wieder weg. Jetzt sehe ich es. Da ist Wind. Der drückt mir jetzt gleich hier eine Kugel hoch. Oh nein. Aha. Das hat lange genug gedauert. Und ich glaube jetzt rotiert die da automatisch durch. Und ich muss jetzt hier gleich, wenn sie kommt, anhalten. Rechtzeitig genau. Boss. Nimm ich mit. Der machthabende Boss. So und jetzt kann ich die Kugel darunter stoßen, die wir da ganz am Anfang mal im Aufzug hatten. Was lässt du jetzt aus? Wo kann ich jetzt den Aufzug wieder nehmen? Endlich. Ich hab's geschafft. Ach. Ach. Was? Was? Timestamp? Weil ich's geschafft hab. So. 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 So.